Hallo und willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute enthüllen wir, warum Katzen nicht nur süße Begleiter, sondern auch erstaunliche Beschützer deines Zuhauses sind. Bleib dran und erfahre, wie dein pelziger Freund dich beschützt. Nachtpatrouillen. Während du schläfst, übernimmt deine Katze die Nachtwache. Sie patrouilliert durchs Haus und hält Ausschau nach ungebetenen Gästen. Ihr Revier ist immer sicher. Geräuschempfindlichkeit. Katzen haben ein extrem scharfes Gehör. Ein leises Rascheln oder ein fremdes Geräusch. Deine Katze wird es zuerst bemerken und dich alarmieren. Wetterwarnsystem. Deine Katze kann bevorstehende Naturereignisse wie Stürme oder Erdbeben spüren. Wenn sie unruhig wird, check den Wetterbericht. Erkennung von Unwohlsein. Katzen spüren, wenn es dir nicht gut geht. Sie bieten dir Trost und Nähe und helfen dir, dich besser zu fühlen. Markierverhalten. Durch das Reiben und Kratzen markiert deine Katze ihr Revier. Diese Duftmarken schrecken potenzielle Eindringlinge ab. Akustische Warnsignale. Fauchen, Miauen, Winseln, deine Katze warnt dich und andere Tiere vor Gefahren. Diese akustischen Signale sind ernst zu nehmen. Soziale Wachsamkeit. Katzen überwachen auch die soziale Dynamik im Haus. Sie beobachten neue Personen oder Tiere und stellen sicher, dass keine Bedrohung besteht. Magische Kräfte und Heilung. Katzen schnurren mit einer Frequenz von 26 Hertz, die heilende Kräfte hat. Sie reduzieren Stress, senken den Blutdruck und fördern die Geweberegeneration. Unsere Katzen sind wahre Wächter. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt ihm bitte einen Daumen nach oben, hinterlasst einen Kommentar mit euren eigenen Katzengeschichten und teilt es mit anderen Katzenliebhabern. Und vergesst nicht, für weitere erstaunliche Katzenvideos zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Schau dir unbedingt diese unglaublichen Videos an, sie werden dich faszinieren.